Ja, bitte, ja. Den Motor abschalten, oder? Generell irgendwas. Ja, du kannst es einfach so lassen. Du kannst alles mit dem Modus fahren. Das ist der mit dem größten Dynamikumfang. Ja, du kannst gleich einen Bunnyhop auf die Bank probieren. Wie schwer ist das? 24 Kilo. Im Vergleich zu so einem Trial-Motorrad sehr leicht. Wie bitte? Ja. 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 Sehr lang, ja. Vor allem auch sehr lange Kettenstrebe. Aber durch den Motor kann man halt wirklich sehr steile Sachen rauf fahren. Durch die lange Kettenstrebe hebt es kaum ab. Boah. 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 Zu lang. Wobei das eher ein kleinerer Rahmen ist. Nicht so leicht. Ja, man muss sich wirklich voll nach vor lehnen. Die Gabel komprimieren und dann so richtig nach oben wegstoßen. Ein bisschen länger vor von oben. Ja, ja. Aber jetzt müssen wir auch. Ja. Ja, man sitzt schön entspannt drauf. Rechts auch. Eine ganz schöne Umstellung, das Wheelie fahren mit dem E-Berg. Cool. Also, das ist gut. Wow. Vielen Dank.